Alles erledigt. Wird sofort erledigt. Dazu bin ich bestens geeignet. Und raus mit dir. Schön. Ging doch leichter als ich dachte. Ich bin dabei. Wir müssen für Nummer 1. Ah, schade. Ich bin dabei. Alles erledigt. Ja, komm, geh durch und leg dich hin. Wird sofort erledigt. Ich sehe mich erst mal gekonnt, erst mal gleich 2. Dazu bin ich bestens geeignet. Ich dachte mir, hier zuerst, ich lockse hoch und erschieße die dann alle. Aber ich glaube, das ist auch nicht Mittel der Lösung. Weil Alarm und noch mehr und obwohl. Das war Kinderkram. Oh, mein ich nicht. Es ist ein Stealth-Spiel, da können wir auch ruhig mal versuchen, Stealth zu handeln. Zu Befehl, Sir. Oder nicht? Egal. Komm, wir feuern jetzt einfach mal. Wir wollen ja hier auch mal vorankommen. Und ihr wollt ja auch ein bisschen extra stehen. Also, sag du da hin. Du bildest hier die Rückenver... Die Rückenverteidigung. Falls ich weiß, dass ich zurückziehen muss. Ich bin dabei. Äh, mach's mal. Speichern mal vorher. Ich bin dabei. Schießen wir doch nochmal einen Knifter. LOL. So, Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Feuer, Feuer. Feuer, Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Feuer, Feuer. Feuer. So, boah. Nur noch vier Schuss. Plasse, du siehst nicht gut aus. Lass mal die mal rumlaufen. Puff, Puff, Puff. Ein Schuss. Plasse, gib dir mal eine Spritze. Puff, stehen. Ich bin dabei. Das war Kinderkram. Ich bin dabei. Ob du schnell Munition findest. Ich bin dabei. Das war Kinderkram. Äh, hier so. Nein, das war der. Nein. Abwählen. Rüber tun. Ablegen. Hingehen. Munition. Aufnehmen. Gucken, ob das auch der Soldat, vor dem wir gerade geguckt haben. Ich bin dabei. So, ich so. Uh. Schlüssel? Noch ein Schlüssel. Yay. Ach, die Abwunde brauchen wir doch eh nicht. Ich bin dabei. Das war Kinderkram. Äh. Wir müssen hier glaube ich nicht unter Wasser irgendjemanden angreifen. Und äh, für was anderes dient die Hauptwunde auch gar nicht. Ich bin dabei. So, haben wir hier unten noch jemanden erledigt? Nee. Ich bin dabei. Das war ich bin dabei. Ja, Mann. Nichts. Da. Munition. So, den nehmen wir. Ich bin dabei. Und der hat Sekretten dabei. Ich bin dabei. So, hier müsste er dann auf die Patrouille dabei sein. Das war's. Weiter. Ich bin dabei. Das war Kinderkram. Das ist noch nie drin. Das müssen wir uns merken. So, was ist hier drin? Commander. Quart애in-Soldat. Da drunter ist noch jemand. Ich bin dabei. Das war Kinderkram. Du hast noch einen eigenen estaban. Was will ich denn da? Ja, genau. Gut, die haben auch nichts Spezielles. So, super. Ihr habt perfekt die Stellung gehalten. Schlosser hat hier aufgeräumt. Ihr faulen Säcke. So, was ist denn hier hin? Ich würde sagen, die beiden Ausgänge führen jeweils zum selben Ort. Hey, sogar Richtgabt. Hey, hier patrouilliert ja jetzt keiner mehr, weil es war ja Alarm. Ah, cool. Da muss man richtig erst runterdrücken. Wofür sollte ich hier rein? Abgesehen für den spaßigen Teil, F-10? Nö, nicht. Gut, einmal sinnlos. Gucken wir mal hier rüber, wo es hingeht. Hier ist auf jeden Fall der Maschinenraum. Hier mussten wir ja eh clear machen. Ah. Ähm. Ach, die kamen jetzt auch alle. Stimmt. Geil, da ist der ganze Raum hier auch clear. Ah, hier ist die richtige Spritze. Das ist Dietrichs Werkzeug. Ne, warte mal, da war noch eine Medizinrinne. Das bedeutet... Ha. Deswegen der Schlüssel. Das ist der Gefängnisschlüssel. Schlosser. Ja, Pio, komm auf. Ich bin bereit. Wie sie befehlen. Kamackengas. Ich bin da. Schließen. So, aber speichern. Falls sie befehlen. Na ja. Ja. Da dachte sie sich gerade. Nimm mal das Programm. Komm. Och, wisst ihr. Tipp auch mehr. Ciao. Ja. Ja. Ich bin mal abgekackt. Das gesamte Ding. Fünfmal neu gestartet. Ich weiß nicht, warum. Komm, man hat das manchmal so spinnt. Äh. Ist komisch. Ich hab mal eben noch das Fenster aufgemacht. Und. Wah. Irgendwie hab ich das Gefühl, ich müsste mal Staub fischen. So, auf dem Fenster bing. Da bildet sich dann doch schon irgendwie nach einer gewissen Zeit ein bisschen Staub. So, jetzt versuchen wir das Ganze nochmal. Ich hoffe, es kackt nicht schon wieder ab. Also, hoffen. Wir wollten dem Hauptquartier mitteilen, dass wir eine funktionstüchtige Enigma-Chefriemaschine erbeutet haben. Dann bekommen wir mit Sicherheit Unterstützung, um das Gerät heil nach Hause zu bekommen. Gehen wir. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich befreie hier nie wieder jemanden. Immer müssen wir irgendwas noch zusätzlich machen. Ich bin dabei. Was sagst du? Oh, Gott sei Dank. Gut. Ich bin dabei. Ich bin dabei. So, jetzt müssen wir hier noch die ganzen. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Wie sie befehlen. So, haben wir alle? Super. Passt. So, nach dem kleinen Fail. So, dann müssen wir ja hier hoch, weil da ist der Käpt'n. Wenn meine Orientierung nicht fehlt. Genau. Da drüben. Käpt'n. Käpt'n, mein Käpt'n. Alla rin. Du raus. Gute Idee. Du raus. Tür zu. Halt. Geht da mal rin. Okay, die Kiste ist leer. Geht mal raus. Und die Tür zu. Was für ein Fortschritt. Runder mit euch. Kaffee trinken. Äh, Flosse. Bin bereit. Guck mal hier, ob noch irgendjemand da steht. Liegt. Sitzt. Betet. Nein. Haben uns die Brick gesperrt. Wie unfreundlich. Kniffte. Braucht das Spio nicht. Das braucht das Spio. Aber, ach, hier. Nimm alles, Spio. Dann kriegt er die. Das. Das war kein Problem. Wir marschieren los. Sie haben ihn. Dafür bin ich wieger. So, was war hier? Ah, ja, da ging's da rein. Ich werfe nie das. Äh, nee, wir gehen das nur hoch. Gehen wir. So, Spio. Bühnchen. Du bist hier unser First Man of the Man's. Guck mal rin. Das war kein Problem. Nichts da. Ich bin auf dem Weg. So, hier irgendwo gab's doch ne Schutzausrüstung. Nimmst du erst mal alles mit, was du findest. While. Hier haben wir ja noch zwei Wimer. Und ich sagte ja, wenn wir den Spio haben, dann wird das leicht. Ja, kann ich sehen. Wir brauchen noch aber einen für den kläden Flinken. Krieg' man aber schon irgendwie hin. Nur noch mehr Schlaftabletten. Und noch mehr Wine. Du könnt'n natürlich auch alle mit grünem Bein einschlafen lassen. Aber das hat ja keinen Stil, oder? So, noch mehr Bomben. Und noch mehr Granaten. Das war kein Problem. Auf dem Weg. Ja, steht einmal kurz auf alle. Bestimmt ist einer von... Das war kein Problem. Das ist da drin noch irgendwo was. Aber... Jawohl, Sir. Dafür brauchen wir eine Uniform. So, gibt's jetzt zwei Methoden. Ich weiß nämlich, eine habe ich gesag... Ich bin dabei. Um mal ein bisschen Progress noch zu betreiben. Ich bin dabei. Vielleicht funktioniert's. Vielleicht noch nicht. Wie wir es sehen. Wir erinnern uns. Hier, genau. Und der Raum. Warum liegt der eigentlich hier noch? Hier, egal. Da oben, der komische Typ. Ach, Mist, das ist denn nur ein normaler? Doch, das werden. Hörer. Wie sie besehlt. Nee, gut. Ich bin dabei. Wer ist'n hier der Schnellste? Keine Ahnung. Ich schicke einfach Spio direkt. Das war kein Problem. Bin auf den Weg. Das war's, Sir. Kannst du hier runterhäupfen? Nein, das wäre ja gut gewesen. Ich renne. Sicht von ihm halt. Nicht, dass ich beim Hinrennen blitzig abgeschossen werde. Ja, Sir. Ballon könnte ich auch nehmen, aber... Nee, das läuft jetzt nicht. Bin auf den Weg. Na dann. Hackengas. Pio. Äh, Spio. Ich hab' wieder kein Zigaretten. Wie schlecht doch das Leben ist. Und er liegt hier immer noch. Dankeschön, Dankeschön. So, hier ist die Offizie, so in die Form, die ich gesaved hatte. Ja, zieh'n schon mal an. Sieht hier sonst noch nicht aus. Oh, jetzt ist ja mehr Gift. Das war kein Problem. Ja, weiß, Sir. Ich bin auf dem Weg. Das war kein Problem. Leer und... Leer. Das war kein Problem. Geh, drehen. Ich bin nach oben. Ich bin nach oben. Die komisch rum, da noch egal. Ja, weiß ja. Ich bin nach oben. Kriegen wir, nee, da hinten. Kriegen wir, ne, da hinten, kriegt man Support, sobald wir hier ein bisschen aufgeräumt haben. Das hat ja noch Zeit, alles. Ja. Okay. Unserer Spion in, 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 ne, 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 weiterlaufen. Das ist mein Ding. In eine schöne Offizier-Sonyform gepackt, das heißt, wenn wir jetzt nicht gerade einem Offizier über den Weg laufen, was schwierig ist, weil das hier sind nur Leutner, soweit ich weiß. Die können also nicht enttarten. So halt wie auch, da drinnen. Das war kein Problem. Bin auf dem Weg. So, du hilfst ihm. Gut. Jawohl, Sir. Ja. Wartet. Safety-Speicherung vorher. Hallo. Das ist mein Ding. Ah, hier. Kennen wir. Ausgeführt. Das ist aber schön hier. Das ist mein Ding. Toll. Du hast es genauso überladen. Gute Idee. Hallo. Nimm. 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 War nicht schwer. Gut. Bin auf dem Weg. Machen wir das Ganze nochmal. Hallo. Oh, ich lebe mir hier mal eure Forstschutzleihung. Du hast doch schon welche. Na, Kumpel von mir. Ja. Das war kein Problem. Dankeschön. Gern geschehen. Jawohl, Sir. Tür zu. So, kann ich hier rein? Hallo. Das ist mein Ding. Tag. Buntseft. Und noch mehr Zeissen. Noch mehr Gift. Und noch mehr... Das ist mein Ding. Ja, muss ich ja nicht jeden töten. So, hier. Was machst du denn? Ich gucke die Wand lehnen. Braucht doch hier keiner. War hier noch was? Bin auf dem Weg. Irgendwas Interessantes, das ich da gelassen habe. Das war kein Problem. Bin auf dem Weg. Äh. Das war kein Guck. Bin auf dem Weg. Da war ich gerade schon. Wo war ich nicht gerade schon? Überall gucken. Okay. Wir sind bereit. Vorwärts. So. Raus hier. Hammer fertig. Speichern. Das ist ja ganz leise. Ich spasse ein bisschen ab hier. Aber insgesamt. Unterwegs. Unterwegs. Versand. Nein. Unterwegs. Bin schon da. Ich finde es immer so geil, wie er rennt. Also, verzeiht mein... Nein. Ah ja? Zu ihren Wien. Kein Blut an die Uniform. Bist du nur doof? Lass uns gehen. Ich glaube, die Aufnahme-Season reicht erst mal bis hierhin. Dann los. Gut. In der nächsten Season gehen wir nach hier oben. Und räumen dort auf und versuchen dann mal in die Brücke vorzudringen. Da wird wahrscheinlich dann auch der Käpt'n dieses Schiffes sein. Jawohl, Herr. Was dann wahrscheinlich bedeutet, dass ich mit Spio dort nicht zu gut agieren kann. Dann müssen wir noch die ganze Scheiße sprengen. Rufen noch Verstärkung oder Hilfe. Müssen rüber, noch ein bisschen Sprengstoff holen. Und bestimmt noch irgendwas mit dem Flugzeug da draußen. Das haben wir ja schon gesehen. Suchen natürlich auch noch. Ganz wichtig. Die letzten, ich würde jetzt doch mal sagen, zwei Abschnitte für das, wenn wir das auch haben. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr auch. Und ich sage dann, bis später. Ich bin Reward und ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Das ist bei derula essence. Ich bin raus. Ich bin raus. Ganz einfach mitcéllo on. Die kindness ist scheiß gegangen. Da, dass wir das, nicht läch' расkullet haben. Ich bin raus. Ich bin raus.